... Hiiii... Oh, das ist ein Coi. Bzzzzzzz Ich bin den sauberer Arme. Hier sind überall im Gliese liegen, ne? Stirb! Ich wollte jetzt nicht mehr draufschießen, aber ich hab mir doch gedacht, ich spar mir die Munition ein bisschen. Öffne dich. Oh. Das ist sehr gut. War so klar. Es ist Keisinger, ich weiß es. Der sollte sich mal duschen. Feel him behind me. Robbing his stuff against my... Keith. Das ist gar nichts mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab was anderes gelesen, nicht my hate. Oh mein Gott. Das kannst du mir dann später mal sagen, was du gelesen hast, oder kann man das? My hate runs deep, wenn ich nicht my hate gelesen hab. Ah, okay. Okay, passt schon. Ja, das ist so widerlich. Ah, das ist widerlich. Soll ich vielleicht doch die Füße schießen, wenn ich auf dich? Was war denn das? Der Kran? Ah. Okay. Da vorne aber da ist so ein anderes. Der sollte weniger Kaffee trinken. Na, nicht schon wieder so eins. Wieso ging der jetzt wieder so schnell? Ich bin verwirrt. Unterschiedliche HP'n. Ah, Bullets. Mal schnell nachladen. Äh, falsch. Wie soll das hier? Wie soll das hier? Schön, erlä. Fuck. Hm, was? Ich denk noch an das davor. Hm. Hm, Daniel, keine Ahnung. Schau mal mal online in den Walkthrough. Schöner Teppich, nicht wahr? Ja. Ist das wirklich dieselbe Textur? Wie unauffällig. Eine Teppich-Textur. Steig doch mal drauf zum Spaß. Cool. Was hab ich mir gedacht, da passiert nix. Hm. Ist das ein Hut? Ist das ein UFO? Eine Gullidecke. Ist das irgendeine Disc? Ah, ich verstehe. Wasser und so. Es duscht ein bisschen. Ja. Du hast recht. Jetzt muss ich sicherlich da lang. So offen, da ist bestimmt irgendwo ein Monster. Aha. So, das hier. Kannst mal einen normalen Safe mal wieder machen. Das schon länger her. Nio, nio, nio. Ah, und das ist jetzt das, wo ich das reinstecken muss anscheinend. Ne, ne, sextant. Okay, das war kein sextant. Für mich hat das auch schon gewährt. Politik. Tick. Gut. Lumbertime. Ach du Scheiße. Hm, Labyrinth. Ja, nicht wirklich. Doch, das war das sextant. Interessant. Gut. Dort, sechs. Plätscher, plätscher. Mami, ich spiel mit Wasser. Wo ist er? Aber ich schätze, da wird was passieren. Das Wasser hört auf. Es steckt jetzt noch weiter hoch. Nein, es geht unter. Hä? Woi. Ah, cool. Interessant. Ich bin intrigiert. Ich bin intrigiert, Mr. Knight. Ausgäng. Mit den maskulinen Männern. Oh. Freut es sich, dich zu sehen? Ich weiß gerade nicht mehr, wie man den besiegt. Also, nur draufschießen ist es wahrscheinlich nicht. Hast du einen Quickie gemacht? Na, mir schläft der Fusshör. Oh, das sieht einfach mit dem Geld aus. Ich probier's einfach mal was anderes. Äh, ich muss da sowieso erstmal ein Dispel machen da vorne. Wenn da nicht sogar von alleine passiert. Oh, süß! Wollen wir einfach mal draufholzen, bis das Viech umfällt? Davor speichern? Davor speichern, ja. Nee. Also. Das macht zuerst ein... ...Haste. Dispel. Hast du damit getroffen, mit dem Dispel? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Ich weiß auch, warum das Viech überhaupt klingt. Können denn, aber ich denk schon. Hier ist ja sonst nix. In dem Fall ist es einfach. Oh, nein. Und jetzt hab ich den Schaden nicht gesehen. Der geht eigentlich, oder? Der geht, ja. Süß. Das war's. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ah, das hast du davon. Na gut. Vielleicht war das nur eins von vielen. Kann ja alles sein. Ach, ich hätte es gar nicht besiegen müssen. Das ist ja auch recht. Machst du dir ein schönes Suppchen? Musst du jetzt noch Feuer reintun, oder so? Ja, das ist ein cool Feuerzauber. Jep. So, jetzt erzeugst du Dampf. Schön. Und der steigt auf jeden Fall durch den Schacht oben. Ja, das ist ja schon mal was. Und hier geht's nämlich hoch. Ich geh jetzt erst auf die andere Seite. Weil ich weiß, dass ich da was brauch. Super. Schon wieder ein Energy Key. Ist irgendwie so orientalisch, merkst du das? Ja, ja, da hier ist es schon. Äh, ja, so Tausende in eine Nacht mäßig. Ähm, gefällt mir nicht. Dann release mal den Dampf. Dann geht er mit dem Lato an. Dann freut sich jeder. Lass mich rein, lass mich rein. Dreht es sich. Jetzt lass mich rein. Juhu. Frau OOOAAAA dû Müß Müsß nicht wüs WER HÄTZ' GEDACHT Ah, Otto Kaysinger wird scheiße! Ich dentro noch hierевой Raketenbisschen. Der muss nur auf so eine komische Pyramidik klettern Total komisch Gibt's hier Skelette? Hä? Ach, hast du den Geist befreit oder was? Wahrscheinlich, ja. Oh, das ist ein netter Geist. Aber ein schwaches Rätsel. Schon wieder ein Weil. Was ist denn der für Blutstapfen? Das ist auch einmal... Das sind ja mal in den Witz dagegen. Ja, das stimmt. Voll die Latschen gehabt. Keisinger will, dass du es warm hast, Daniel. Willst du jetzt in der Niederhölle oder irgendwie sowas? Irgendwie straightforward. Oh, was ist jetzt los? Hä? Was? Das war ja sogar ein bisschen... Ja, anscheinend bin ich in so einer Art Hölle. Ich bin ein bisschen eerie. Oder... Eerie. Moment, ich wisch mir schnell die Träne weg. Ja, ja. Ich muss auch erstmal wieder in die Nacht Luft bringen. Gott, das waren denn das für scheiß Rätsel hier. Ich muss auf jeden Fall da rüber. Ancient Artifact. Wahrscheinlich werde ich da auch sowas brauchen. Ja. Also zwei. Nach Adam Ries. Da drin war irgendwas Spezielles. Ich weiß aber nicht mehr was. Zwei Teleporter, ja. Ah, grün ist anscheinend im Ausgang. Nee. Ach, die Vieh ist ja schon wieder. Au. Au. Am Anus. Die Waldvieh. Double KO. Wow. Not Nice. Disapproved. Einer war noch da. Ja. Ja. Sehr schön. Moment, ich kann zeigen, dass da noch anders ist. Shit. Der ist. Definitiv. So, da hinten ist nix. Hier anscheinend auch nicht. Super. Blut an der Wand. Überall Blut. Blutbad. Mal ganz anders. Ist da was? Ah, ich verstehe schon. Warte, hast du alles den Radius? Oh, 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 oh. Ist jetzt zerberstet? Letzter. Oh, 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 oh. Äh, eventuell muss man das noch lesen. Hm. Eigentlich schade, wenn sowas vorgelesen werden würde, glaube ich, würde dies laufen lassen, aber im Lp jetzt da zig Minuten zu warten, bis man das durchgelesen hat, das ist doof. Ja. Und ein Fly übersetzen ist auch kacke. Aber wofür gibt's auch die Pausefunktion? Richtig! Musa! Danke. Schaut sehr nach der Frau aus. Tch. Irgendwie schaut alles für dich nach der Frau aus. Bei Parodius hier. Ja, ist das so. Ich bin nur nett. Schock mich! Ähm, spuckt der mich jetzt mit Blut voll? Ich weiß es nicht, du wirst es gleich herausfinden. Ich hatte erfüllt jetzt den Raum mit Blut. Was für ein fetter Arnus. Sieht aus, als ob er kacken muss. Ist das eine Frau? Achso, nee, aber da ist ein Herz drinnen. Ah ja, der wird wahrscheinlich das an der Hand dann wegtun, ne? Wenn du irgendwas machst. Ach, ich muss lucken erstmal. Boah. Ist das Exhibitionismus mal anders? Gib mir das Blut. Wo bin ich? Also. Ei, ei, ei. Boah, ist... Das ist ja blöd. Ist grauenhaft, ne? Ja. Was, was, was? Oh, ist was? Ach, Mann. Der Besuch ist schon wieder weg. Hey! Gut, du. Sag mir nicht nein, was? Absolut nicht, du. Hm, ein Grill. Oh, bitte.